POP Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Infamous, der Zweitgeborene und äh, in einer neuen Aufnahmesession Und ich, ähm, hoffe es geht alles gut, weil einerseits, ich muss erstmal wieder in die Steuerung ein bisschen reinkommen Ich hab schon wieder, ich hab so gesuchtet die letzte Aufnahmesession, da hab ich echt lange, 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 lange aufgenommen Und musste jetzt erstmal natürlich warten, bis die ganzen Kommentare da sind, wie zum Beispiel Mach endlich mal die Bombe! Die Bombe machen wir natürlich, sowieso gleich die Atombombe hier Und natürlich auch die Bombe mit dem D-Pad nach oben Da hab ich ein bisschen geschlampt, muss ich zugeben Gerade im letzten Kampf hätte ich die super brauchen können Ich hab jetzt schon Angst, die Folge ist noch nicht draußen, die letzte Also die mit dem Gebietskampf, ne, hier, äh, retten wir die Conduits, die ist noch nicht draußen Ich hab jetzt schon Angst vor den Kommentaren und außerdem, ähm, sehr ungewohnt Ich hab einen neuen, ich hab einen Ständer So, ist sehr ungewohnt für mich, einen Ständer zu haben und zwar einen Mikrofonständer, einen neuen Äh, und zwar so, dass ich nicht mehr direkt ins Mikrofon rein spreche, sondern es hängt mir jetzt hier von der Seite rein Und ich find das sehr ungewohnt und muss nicht immer wie so ne, wie so ein, äh, wie so ein großes I vor dem Schreibtisch sitzen Sondern kann jetzt auch mal zurück, zurückgelehnt, entspannt hier, äh, zocken, wie man eigentlich Konsole zocken soll Aber es ist für mich ungewohnt, nicht so verkrampft vor dem Bildschirm zu sitzen und dann über den riesigen Pop-Schutz zu gucken, der jetzt auch weg ist So, aber egal, genug zugequatscht, eine Minute zugequatscht, um Gottes Willen, die Erde explodiert Und eventuell tut sie das wirklich Bleib auf den Dächern, sagt er, jetzt müssen wir da hinten irgendwo hin Untersuchen sie die Quelle des Polizeiberichts, das machen wir natürlich auch Und ich hab gesehen, da hinten haben wir, äh, da ist so ein Gebiet, das haben wir noch nicht eingenommen Kriege ich eigentlich den da? Ne, ne? Der ist, äh Ah Adlerauge, komm, den holen wir uns mal Oder, holen wir uns den ganz kurz Der ist, der ist da in diesem Gebä... Aber das ist ne Scherbe, pass auf, das machen wir mal ganz kurz Hey Reg, weißt du, wie toll die Aussicht von hier oben ist? Konzentration, Bruder Für zwei Ziegen ist später Zeit Also, dafür, dass ich die Steuerung nicht mehr kann, geht's eigentlich? Ja, hier ist Betty Betty, es passt gerade nicht gut Wage es nicht Diesmal hörst du mir zu Es ist Zeit, dass du mit diesem Unsinn aufhörst und nach Hause kommst Halt, Betty, ich muss nur... Ich weiß, was du nur musst Du willst wiedergutmachen, was passiert ist Aha Ich bin nicht die dumme alte Frau, für die du mich hältst Betty, du verstehst das nicht Hör zu Auch wenn ich zu schätzen weiß, was du da versuchst Hör sofort damit auf Solange du nur sicher nach Hause kommst, ist das alles, was zählt Ich kann nicht Bald, versprochen Aber nicht jetzt Zwingt Reggie dich etwa zu bleiben Er ist ein lieber Junge, aber er kann manchmal ein ganz schöner Dickschädel sein Aber wenn du ihm sagst, dass du nach Hause willst, dann kommt er mit Er würde alles für dich tun, das weißt du doch, oder? Betty, ich muss jetzt auflegen Danke für den Anruf Richte Reggie aus Betty hat gesagt, ihr sollt gefälligst eure Hintern nach Hause bewegen Und grüße ihn von mir Ist aber ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt Alter, die Helis machen mich kirre Ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt Und irgendwie passt das so gar nicht zu ihr Ich weiß nicht warum und da fliegt ja die nächste Scherbe Die holen wir uns nicht Ich schieß sie nur eben ganz kurz ab Also ich schieße sie ganz kurz Ich schieße sie gekonnt ganz kurz Ja, ja ich bin Also Tontauben bin ich Nummer 1 Okay, ich glaub wir lassen das mal Und wir fliegen jetzt wirklich mal tatsächlich dahin, wo wir hin sollen Wir bleiben auf den Dächern Das heißt Ich flieg da jetzt erstmal wieder rüber So, von hier haben wir einen besseren Start Und außen möchte ich da ungern in das bewachte Gebiet rein Wenn wir es nicht unbedingt müssen Wir müssen ja zum Hafen Also düsen wir ganz kurz hier am Salmon Lake vorbei Eine Lake, war das nicht irgendeine gesättigte Lösung oder sowas? War mir nicht so? 77% vom DUP, Alter was hat in der Vergangenheitskrank da gemacht? Der hat ja gar nichts geschafft Aber trotzdem auch wenn es hier und da so ein paar kleinere Beschwerdchen gab Äh, dass wir ja teilweise in den Folgen ja nichts machen würden bla 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 Hast du dieses Betonzeug überall gesehen? Die verschanzen sich offenbar Ich hab ihnen wohl Angst gemacht Oder vielleicht markieren Beton-DUPs so ihr Revier Weißt schon, Beton-Taggen? Wenn die das Taggen nennen, sollten sie lieber weiter Unschuldige tyrannisieren Voll schlecht Wenn das alles vorbei ist, kannst du ja zurückkommen und ihre Tags übertagen Aber suchen wir erstmal den entflogenen Conduit Nein, wir crossen doch keine Pieces, yo! Oh! Ne, jedenfalls, ich bin trotzdem ganz happy, dass wir die Gebiete auch bereinigen Und dass wir möglichst alles auf 100% vielleicht eventuell Ich weiß es nicht, ich will da nicht den Mund zu voll nehmen Wie so oft Aber eventuell könnte es uns gelingen, doch ein Stückchen weiter zu kommen So, wo müssen wir jetzt hin? Da unten ist der Ort des Übels, was ist denn da los? Ist hier die... Das ist doch aber keine Atombombe, oder? Also ich meine, eine Atombombe hätte doch die Stadt ausradiert Zumindest in der entsprechenden Größe Ich bin mir nicht ganz sicher, was hier passiert ist Untersuchen sie das Gebiet auf Hinweise zum gefährlichen Conduit Nun Hier zum Beispiel Kamera verwenden Kann ich da... So Naja, vor allen Dingen die sind ja, die sind ja wesentlich schlimmer Die bringen... Ach, na großartig Oh, falscher Knopf Jetzt los geht's Auf wen schießen die denn da unten? Der kommt doch bestimmt gleich hoch, oder? Du musst da nach rechts Ja-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Wie sieht die Kollegen hier aus? Unten ist noch einer, oder hab... Ist der schon weg? Helm untersuchen Ein D.O.P. Helm Funktioniert der noch? Ratsch Dieser Conduit Die sagen, es ist dieser Hank Was? Sagtest du nicht, sie hätte ihn in Salmon Bay erledigt? Hat sie auch Dachte ich zumindest Ich meine... Ich hab's selbst gesehen Er ist tot Ganz sicher Such weiter Hank Hank ist derjenige welcher, der uns überhaupt erst in diesen ganzen Schlamassel gebracht hat Na super Geh mal in diese bösen Bio... Alter, von hinten? Na los, hoch aufs Dach Hab grad wieder nen falschen Knopf gedrückt, weil ich in die Steuerung reinkommen muss Hö, ist da auch eine? Ne, sah nur so aus Okay, komm doch bestimmt jetzt hoch Komm auch Komm mal her Oh, wir sind vielleicht schon zu hoch für die Herren Ich komm auch mal ein Schrittchen entgegen, keine Sorge Hier kommen die doch bestimmt hoch Alter, wie viel das sind da unten von den Steinernen Piupiupiuu Na kommt ihr nicht hier hoch? Ich darf euch also nicht entkommen? Tja, zu dumm! Das war euer Kollege. Schickt mal einen nach dem anderen hoch, bitte. Guck mal, ich stell mich auch hier hin. Also sorry, so dumm muss man erstmal sein. Okay, ach Freunde, macht doch nicht so ein Remmidemmi da unten, die Nachbarn werden doch unruhig. Ich muss sagen, mit der Neonkraft, das gefällt mir besser, weil wir da immer ein kleines Fleißsternchen kriegen. Würde ich mir fast gern wieder Neonkräfte holen, aber... Scheiße, hab ich grad nicht gehört, weil ich gequatscht habe. Versteckt er sich hinter seinen toten Kollegen, das ist natürlich auch so eine super Idee. So, ich glaube da unten ist gleich ruhig. Ich gleich ruhig. Alter, jetzt kommt er da übern Stein nicht rüber. Alter, jetzt kommt er da übern Stein nicht rüber. Hier waren doch grad noch welche. Boah, fuck it. Das gibt's noch nicht. Jetzt wollte ich ja grad hinrennen und die wegbashen. So. Ah, falsch. Jetzt wieder falsche Knopf. Egal, so. So. Gut, dann leg dich hin. Setzen Sie untersuchen, das Gebiet ist fort. Das machen wir natürlich gleich. Huch. Au. Erstmal auf den Tisch gehauen, weil ich den Timer angeschaltet habe, hab ich ganz vergessen. Das heißt, die Folge hat wieder Überlänge. So. Wo müssen wir hin? Da ist... Okay, Reggie. Ich geb's zu. Ich lag falsch. Das wird der Reggie aber gerne hören. Ach, da ist doch Hank. Hank Deta... Ich behalte es. Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Uh oh, ich höre hin. Okay. Treffen Sie Fetch auf dem nahgelegenen Dach. Na, das liegt mir auch sehr nah. Da unten waren wir schon. Spuren von Gewalt pflastern unseren Weg. Hey! Oh, du lieber Augustin, Augustin. Schnappen Sie Hank und finden Sie heraus, wo er gewesen ist. Reggie, ich sehe ihn. Er ist auf einem Dach in der Innenstadt und kämpft gegen Hubschrauber. Okay, hör mir zu. Die IOPs dürfen ihn nicht kriegen. Schon gut, kapiert. Und sie dürfen ihn auch nicht töten. Und töte du ihn auch nicht. Aber lass ihn auch nicht entkommen. Ob ich mir das mal alles merken kann. Okay, die kämpfen also grad gegen ihn. Zwei Helikopter aus der Entfernung. Weiß nicht, ob ich da viel ausrichten kann. Also fliege ich mal ganz norschaler rüber und frage mal, ob denn ein wenig Hilfe von Nöten ist oder Kollegen. Ich will natürlich noch nicht direkt dahin. Da oben ist er offenbar. Und sie dürfen ihn nicht töten. Das heißt, wir müssen ihn da wahrscheinlich raus retten. Ich hoffe das geht auch, während wir hier sind. Na, geil. Das scheint ja super zu funktionieren. Alter, Videoenergie. Wieso gibt's hier keine Videoenergie? Rauchenergie will ich nicht. Natürlich, erstmal ins Bäumchen klettern. Warum auch nicht? So, die Helikopter müssten ja auch gleich hier rum kommen. So, Helikopter Nummer eins. Zum Glück konzentriert man sich nicht auf mich. Äh, nicht auf mich. Nein! Scheiße, jetzt habe ich keine Videoenergie mehr. Tudududum. 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 Tududum. Redge, ich bin auf dem Dach. Hank? Äh, nicht hier. Hast du ihn verloren? Nein, ich habe ihn nicht. Ich halte bloß Abstand. Ansichtlich? Er kann quasi fliegen, Mann. Ja, aber du doch auch. In drei Sprachen. Er kann fliegen. Das ist aber eine super Kraft, die haben wir noch nicht. Und er wartet auf uns. Was für ein netter Typ. Okay, gib mir mal irgendwer Videoenergie. Da drüben gibt es Videoenergie, bevor wir jetzt folgen. Ein bisschen aufladen. Und da drüben haben wir den nächsten Helikopter. Da hinten wartet er wieder auf uns. Das ist einfach ein netter dieser Hank. Das gibt es ja gar nicht. Wow. Hank! Willst du dich umbringen? Junge! Redge, ich hab ihn! Junge, komm hier jetzt! Bin ich weg! Jetzt gehören die Hubs noch bei dir! An Redge, du hast dich verscheut! Weck ihr, Jungs! Yes! Redge, ich hab ihn verloren. Ja, aber ich nicht. Rättern des Flögeling Haymarket. Der Notrufzentrale herrscht Chaos. Anrufe wegen eines Bioterroristen. Das wollte ich gar nicht. Wo ist das Hochhaus? Hilfe! Das wollte ich gar nicht. Wo ist das Hochhaus? Nichts mehr! Nein! Ich will doch, ich will hier nicht über die Gebäude springen! Mann! Wenn man da einmal nicht aufpasst. Ach, scheiße! Der ist zu weit entfernt! So! Ciao! Bell! Scheiße! Wunsch wieder keine Videoenergie! Das darf doch nicht wahr sein! So! Wir brauchen einfach mehr Bomben! Ist ein bisschen ungewohnt mit dem Mikrofon hier so zu sitzen gerade. Ähm, wir haben 20 Scherben. Haben wir denn hier nicht Video entziehen? Ist schon mal super. Stufe 5 war erheld. Blutrünstige Kring... Äh, Kring... Hm, 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 hm. Auf 5! Also eigentlich können wir das doch jetzt machen, oder? Videostrom? Blutrünstige Klinge? Ist doch das Richtige, ne? Das müsste das Richtige sein. So, 8 Scherben brauchen wir. Zack, haben wir! Video entziehen. Verdoppelte Videoenergiekapazität. Gefällt mir auch. Aus... Ausnehmend gut. Ausreichend gut. Ausnehmend gut. Und ansonsten hier Lüftungsheilung. Tralala. Neon entziehen. Können wir jetzt auch machen. Verdoppelte Neonenergiekapazität. Gefällt mir noch nie besser als alles andere. Denn Neon ist mein Style, Baby. So, ansonsten haben wir da alles. Haben wir hier noch irgendwas? Ne, ne? Ne. Böses Karma, böses, böses, böses. Alter, dreimal böses Karma. Äh, viermal haben wir böses Karma. Und gutes Karma hatten wir nur zweimal. Das ist aber gemein. Guck mal, da hinten lädt ja die Textur vom Haus nicht richtig. Sieht ein bisschen unscharf aus, aber egal. Wir folgen mal eben dem Kollegen. Die Steuerung ist super, äh, super intuitiv, finde ich. Auch dafür, dass ich jetzt lange Zeit nicht mehr gespielt habe, komme ich erstaunlich schnell wieder rein. Und wir befinden uns hier wieder auf dem Night Market. Neon entziehen. Naja, zum... Ich glaube zum Fliegen ist das hier besser. Also zum, zum... Wenn jemand flieht. Hey, warte! Ich will dir nichts tun! Ich brauch nur deine... Oh mein Gott. Die Frage ist, Hank entkommt. Ja, ja, muss ich denn jetzt... Soll ich mir Neon-Energie holen? Ich will... Von wegen! Ich will dir gar nichts tun, Junge! Ah, Hank entkommt. Immer dieses Hank entkommt. Alter! Hank, du musst mir helfen! Ja, das kannst du vergessen! Wo ist er hin? Da war er gerade bei der Antenne. Ja, ja, Hank entkommt. Ich beeil mich ja schon. Mach doch mal langsam! Ich will doch nur reden! Ich habe dir nichts zu sagen! Ich frage mich, ob ich den mit Neon vielleicht hätte schön verschmüren sollen. Der sieht doch, dass ich fliegen kann. Hank, komm mal! Ich will das nicht tun! Denn das ist... Ach, Mann! Ich hätte nicht gedacht, dass der so ein Schisser ist! Hank! Du bist doch Crank! Junge, warte! Ich soll dir was von deiner Mutter bestellen! Jetzt endlich! Komm schon! Klauen! Ah! Au... waaah... Hank! Nipp! Wehe hat er das Handy geklaut! Dann bin ich aber ein bisschen böse! Ah! Hä? Was hat er getan? Mission abgeschlossen, die Rückkehr. Nicht ganz so blau, weil wir momentan ja mit Pixel-Energie wild um uns schießen. Da können wir nicht so viele Leute als Geisel nehmen. Also, als Geisel, als, äh, so quasi aus... Ach ja, diese Pessimisten... und wenn wir jetzt schon mal wieder da sind. Die Mission haben wir abgeschlossen... Haben wir da unten fröhliche Leute aufm Dach? Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Sah-K','komm, spendieren wir mal eine. Beim Radar wird auch niemand fuchsig, wenn der plötzlich ausfällt. Oh. Apropos niemand fuchsig, ich höre was. Wo ist er hin? Der ist schon ausgeschaltet, wie denn das? Der hat sich einfach nur hingelegt. Ich bin durch den durchgerannt. Vorsicht, da fährt ein kleiner Lieferwagen. Ein Lieferwagen. Jetzt ist die Musik weg. Wollte ich gerade wieder ganz betörende Melodien zum Besten geben. Sieh an, ein DUP-Kontrollpünktchen. Der müsste ja unten sein, ne? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Komischerweise kann ich... Ach, weil die unter der Brücke sind, sehe ich die Leute nicht. Nee, ist halt der clevere Mopse. Kommt hoch, kommt hoch, kommt hoch! Liebe Freunde, kommt doch mal hoch. Hier um ist Luft viel besser. Es stinkt nach Zwergen. Hallo, Freunde? Ach, sieh mal an, wen die dabei haben. Wenn das nicht der Wasserklaus ist. So, ich spring hier mal eben rüber. Lalalalalalalala... Lalalalalala... 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 Ja! Der Fett, der kommt eh nicht nach oben. Jetzt warte ich mal ganz kurz, ob die anderen Delegierten nach oben kommen. So, den hätten wir. Och, jetzt kommt der Wagen doch wieder ums Eck gescheißert. Na, Glückwunsch. So, fett wie fett Mops kommt zum Glück nicht nach oben. Gehen uns zu Neonenergie aus, dann hätten wir da quasi direkt ein super Schild. Und wir können wieder ein paar Punkte sammeln, das mach ich am liebsten. Das ist wie Rabattmarken beim Rewe. Kann's mein Kleiner. Nein, scheiße, exekutiert aus Versehen. Was hab ich denn jetzt? Ach, ne Rauchgranate. Wie gemein. Tja. Alter, schon wieder diese Rauchgranaten. Was habt ihr nur mit euren Granaten? Und da unten, ach, zwei Steinmanneken. Uli Stein und Kollege. Ist ja gut, jetzt beruhig dich mal. Macht erstmal einen Kräutertee, Junge. Das war das Geschütz. Das war er. Ja, ja. Ja, ja. Das war er. Und jetzt haben wir da unten eigentlich nur noch den Fettifuzzi. Ne, da hinten ist auch noch einer. Okay, Fettifuzzi ist noch da. Da war ein Geräusch. Habe aus Versehen gepupst während des Kampfes. So. Schade, dass man selber die Wagen nicht fahren kann. Dann könnte man die alle platt machen. Rauch entziehen. Ja, spektakulär. Nehmen wir noch ein Türmchen. Das nehmen wir noch mal mit. Und ansonsten gucken wir mal, da ist ja auch noch ein Türmchen. Wer ist da oben? Wer hat das gesagt? Lebt der eigentlich noch danach? Ne, ne? Die sind ausgeschaltet. Ja. Okay, die mit Neon ausschalten. Ich weiß gar nicht. Ach, das ist wieder so ein scheiß Geschütz oder was? So, das war das scheiß Geschütz. Hallo? Ich will nicht Fernsehen. Ich will den Typen hier. Na also. Und da hinten lungert doch noch einer herum. Weil da hinten auch noch so ein Turm ist. Und offenbar sind wir nicht alleine. Oh. So. Wo ist der Typ? Das ist doch der, das ist doch der Kanonentyp. Wo ist denn unser, wo ist denn der, dieser Frodo? Das war die kaputte Kamera, du Vollhorst. Ich hab's doch nicht so gemeint. Vollhorst ist eine liebevolle Bestätigung deiner überlegenen Intelligenz. So, Junge. Ruhe dich mal aus. Dann haben wir das also geschafft. Da freue ich mich sehr. Dann können wir ja ganz gemütlich die... Ist da nicht auch so ein Ding? Ach ja. Ja, ja. Stimmt ja. Ich, äh... Man merkt, dass ich schon ein bisschen länger nicht mehr gespielt habe. Das merkt man glaube ich jede Folge. Soll ich mir immer mal als Ausrede nutzen. So, ich weise da irgendwie das Ding hoch. Ich bin trotzdem lieber gründlich. Die zwei Sekunden haben wir ja nun. So, einmal auf diese Seite anheben. Und... Bäm! Bäm! So. Und... Wir kriegen ein paar schöne Splitter. Mobile Kommandozentrale zerstört. Da freue ich mich sehr. 59% sind noch kontrolliert. Hier... Eine Scherbe. Und... Da drüben. Wie soll ich... Wie soll ich denn da rankommen? Nein. Egal. So geht's auch. Wir haben bloß die linke Hand. So, Rauch will ich gar nicht entziehen. Ich will höchstens das scherbige Scherbchen hier drüben. Und da drüben. Natürlich auch. Und da hinten muss noch irgendwo eine sein. Hat er ne Knarre oder was? Ah, das ist ne Regenschirm. Wo ist denn... Runter. Entschuldigung. Ich muss das Licht mal kurz ausborgen. Ach da. Wie komm ich denn da hin? Oh, das ist ja ne gemeine Location. So. Die entziehen wir uns auch gleich mal. Und ich würde sagen, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir mal ganz kurz... Nebster. Dann können wir hier drüben noch mal rumgraffitien. Ich glaube, das mag der so gerne. Am Hafen Graffiti sprühen. Und irgendwie sieht es mal gleich aus, als hätte man das schon längst gemacht. Radioaktivität. Seitwärts halten. Ein bisschen schütteln. Huch. Hallo. Schütteln. Hallo. Mach doch. Wahrscheinlich, weil ich das Gamepad jetzt anders halte. So. Lalalala. Postkastengelb. Sieht wieder aus wie ein DOP-Agent. Ich bin mal gespannt, was das wird. Ja, ja, ja. Die mit Baggy-Jeans. Aha. Mhm. Huch. So, ich mag die Zeichnung immer auf diesen Pappen. Die eigentlich gar nicht zum... Gar nicht zum Endwerk gehören, aber einfach so ein bisschen hingeschmiert sind. Just for fun. So. Lalalalalala. Einfach alles übersprühen. Einfach alles vollschmieren. Das mag ich gerne. Ja, sieht ganz phantasterös aus. Grandios. Ach, wie schön. Guckt mal, wie sie da spielen. Schablonenkunst abgeschlossen. Ich freu mich sehr. Und schon sind nur 40% kontrolliert. Aus kontrolliertem Anbau. Und da drüben haben wir dann auch den... Agenten. Ach, komm schon. So. Kamera zerstört. Dann ist die auch. Fujikato. Das Viertel können wir eigentlich bald befreien, wie es aussieht. Und äh... Es gibt hier offenbar... Es gibt hier noch offenbar einen Agenten zu befreien... Äh... Zu zu suchen. Aber das machen wir natürlich erst... In der nächsten Folge. Ja. 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 I'm ready for, I'm ready for